Musik Einmal mache ich mit. Und einfach diese Herausforderung, diese drei Disziplinen, die jede für sich ja schon anspruchsvoll ist, hintereinander zu meistern. Also ich freue mich drauf. Ich habe allerdings auch ein bisschen Respekt, natürlich, und auch ein bisschen Angst. Ob ich es denn schaffe, ich weiß es nicht. Ich nehme es mir einmal vor und ich freue mich auf das Ereignis. Der Rift Challenge Rot besteht aus drei Disziplinen, der sogenannten Langdistanz im Triathlon. 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und abschließend dann noch ein Marathon von 42 Kilometern. Musik Den Dativ Challenge Rot gibt es seit 2002. Die bemerkenswerten Kennzahlen sind einmal die Teilnehmer mit über 5.000, aber dann auch die Zuschauer. 260.000 laut Polizeiangaben ist damit Bayerns größtes One-Day-Event. Musik Wir haben 70 Nationen, also alleine 180 Australier zum Beispiel, 100 Amerikaner. Also es ist bunt gemischt. Es ist ganz, ganz toll. Wir haben mittlerweile ganze Reisegruppen, die kommen. Man weiß schon mal, wenn man glaube ich noch ein bisschen, ob man es schafft. Und dann, wenn man es mal geschafft hat, bildet man sich ein, dass es auch irgendwie schneller geht. Und auch die Stimmung, die Atmosphäre, also die Strecken unter Wettkampfbedingungen abzufahren und die Geschwindigkeit und auch der Solarradwerk, wo die Zuschauer dann total abgehen und einen bejubeln und anfeuern, das macht schon voll Spaß. Ich möchte es mir selber beweisen. Ich möchte diesem Beweis antreten, dass ich das kann. Und dann oftmals auch in einer bestimmten Zeit. Und das war bei mir damals der Antrieb, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mir das selber beweisen. Und man kann, wenn man mal angefangen hat, es nicht mehr so richtig lassen. Beides hat auch irgendwie ersucht. Musik Was ich in den jungen Neujahr nochmal machen wollte, war ein Marathonlaufen. Dieses Ziel, das habe ich ja vor zwei Jahren schon geschafft. Aber im Leben setzt man sich ja immer über neue Ziele. Und deswegen war jetzt dieses Ziel, Challenge Rot einmal zu machen. Ich habe das einmal erlebt, wie es in Rot, oder zweimal ja jetzt mittlerweile, wie familiär das in Rot ist. Wie toll das geführt ist, welche gute Stimmung dort herrscht. Zum einen von den Veranstaltern, zum anderen von den Zuschauern, die Massen. Ich freue mich eigentlich jetzt schon drauf, diesen solaren Berg zu erklimmen mit dem Fahrrad. Diese Gasse, ist es wirklich so, wie alle beschreiben, dass es Gänsehautmoment ist. Das Highlight. Also ich freue mich drauf. Musik Eigentlich klingt blödes Training. Das begeistert mich am meisten, einfach was Sportliches zu tun, sich vorbereiten auf dieses Ziel. Und mit Leuten zusammen trainieren, mit denen ich total gern trainiere. Und dann läuft man zusammen oder fährt zusammen Fahrrad, unterhält sich dabei. Beim Schwimmen ist es ein bisschen schwieriger. Aber das macht am meisten Spaß, sich fit zu halten. Und was dann cool ist, wenn man am Abend heimkommt, man kann sich ohne Bedenken eine Riesenportion Eis reinhauen. Wollt ihr da? Einen? Vielen Dank. Hast du mal reinlangen, da ist ein Schlüssel am Tisch. Dann müssen wir morgen wieder eins kaufen. Morgen? Ja, dann können wir halt morgen noch schnell einmachen. Eigentlich durch den Verein, ich sage mal, das ist so richtig gesucht geworden. Ja, also man will dann immer mehr und mehr. Und das war eigentlich das, wo ich jetzt dazu gekommen bin. Ich finde es halt gut, die Abwechslung, Schwimmen, Radfahren, Laufen. Also es ist nicht so eintönig, als wenn man nur eins macht. Und gerade auch jetzt durch den Verein und die ganzen Bekannten macht es auch tierisch Spaß. Also mich reizt es schon am Radsport und auch mit der Langdistanz einfach sich akribisch vorzubereiten. Dadurch, dass man selber für sich verantwortlich ist, ist man auch selber für seine Stärken und seine Schwächen, gute oder schlechte Leistung eigentlich verantwortlich. Ja, einfach das Umsetzen, das über sich hinaus wachsen, ist jetzt eher nur so ein, einfach an seine Grenzen gehen zu gucken, wie man sich entwickelt. Also die Entwicklung über mehrere Jahre finde ich auch sehr interessant. Ich muss sagen, ich bewundere ihn wirklich ein bisschen auch, wie er eigentlich da im Endeffekt schon letztes Jahr von Null auf Hunder gegangen ist. Also gar nicht irgendwie mal ein Sprint oder Olympische Distanz, sondern gleich Mitteldistanz letztes Jahr. Und dann auch gleich so ein Mensch-Challenge. Ich habe ihm auch, muss ich sagen, gut zugeredet. Ich habe gesagt, Max, wenn es irgendwie geht und du traust dir es zu. Und ich muss sagen, gerade seinen Ehrgeiz ist wirklich faszinierend. Und auch, wie er das Ganze mit der Familie noch unterbringt. Wenn ihr vielleicht einen oder anderen fragt, die mit mir trainieren, die sagen, ich übertreibe es, ich mache zu viel, ich ruhe mich zu wenig aus. Ich habe mir das mittlerweile auch schon überlegt und zu einem gewissen Punkt haben sie auch bestimmt recht. So wo sie recht hatten, war diese Erfahrung, die ich leider machen musste, 2015, wie ich innerhalb von fünf Wochen vier Marathons gelaufen bin. Und den letzten davon wollte ich auf Bestzeit laufen. Und da hat mir jeder schon gesagt damals, das funktioniert nicht, du übertreibst, das bringt, das kann der Körper gar nicht mitmachen. Ich war mir sicher, diese drei Marathons vorher, die mache ich Trainingsläufe, die laufe ich langsam, die laufe ich ruhig. Das hat schon auch nicht funktioniert. Ich bin eigentlich für andere super Zeiten gelaufen. Für mich bin ich immer noch flott gelaufen. Und beim letzten Marathon war dann das, dass ich genau nach der Hälfte auf einmal nicht mehr konnte. Ich habe mir dadurch meine Leistenprobleme geholt und habe damals nicht gehört auf die anderen, ich übertreibe. Jetzt hat in dem Winter, habe ich es zwar auch von einem oder anderen mal gehört, wobei ich dann sage, ich habe es nicht, aus meiner Sicht, ich habe es nicht übertrieben. Ich habe einfach Lust gehabt, immer mal ein wenig zu laufen, mal, wenn das Wetter gepasst hat, Fahrrad zu fahren. Und es waren halt immer nur um die neun bis elf Stunden Sport in der Woche. Momentan ist Trainingspensum mäßig, geht es, steigert es sich. Ich habe jetzt letzte Woche etwas über 20 Stunden trainiert und diese Woche auch etwas über 20. Das meiste davon allerdings Fahrrad. Also ich bin eben diese Woche viermal mit dem Fahrrad gefahren in die Arbeit, hin und zurück. Das waren allein schon 13 Stunden. Dann zweimal schwimmen, ein bisschen laufen. Und zwar habe ich vor drei Jahren begonnen mit dem Laufen. Und das Laufen hatte aber einen bestimmten Grund, warum ich das begonnen habe. Das war, ich weiß noch, Ende Januar war er mein bester Freund. Wir haben uns getroffen und ich habe schon eine Geschichte gehört, wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Und dann hat er unten mir gestanden, er ist ein Alkoholiker. Und das hat mich schon ein bisschen zum Denken angeregt. Dann war zusätzlich noch, meine Arbeitskollegin hat mich immer motiviert, mal bei dem Firmenlauf mitzumachen. Und ich habe ihr versprochen, ich mache mal mit, wenn ich 6,5 Kilometer laufen kann. Und das waren schon zwei Punkte. Und der dritte Punkt war, wie ich dann meine Schuhbunden habe, dabei Luft rauslassen musste, um mich buggen zu können. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt. Also ich hatte 30 Kilo mehr, als was ich jetzt habe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwas musst du machen. Und dann nach drei Monaten Laufen hat dann das Ganze ein bisschen so den Rhythmus. Ich bin immer mehr reingekommen und dann war irgendwann klar, irgendwann musst du mal so einen 10 Kilometer Lauf mitmachen. Irgendwann machst du mal einen Halbmarathon mit. Ja, und dann hat sich das so gesteigert. Und irgendwann war es, dass mich jemand gefragt hat. Da bin ich dann auch schon Marathon gelaufen. 2015, also vor zwei Jahren, bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Und dann hat mich ein Freund gefragt, ob ich in der Staffel beim Challenge mitmachen würde, dem Marathon. Und dann habe ich das erste Mal so das Feeling Triathlon dort live miterlebt. Die Leute und was für Stimmung da ist. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, vielleicht könntest du sowas auch mal probieren, im kleinen Rahmen natürlich. Und irgendwann war dann mein erster Triathlon dabei. Das Training versuche ich momentan ein bisschen losgelöst von der Familie hinzubekommen, dass es nicht so viel belastet. Ich habe einen guten Arbeitgeber, der das eigentlich dahingehend ermöglicht. Zum einen, ich habe Gleitzeit. Es gibt Duschen dort vor Ort. Es hat sich mittlerweile zum Glück eingebürgert. Ich darf mittags joggen gehen. In der Früh fahre ich mit dem Fahrrad rein in die Arbeit. Abends wieder heim. Oder wie gestern, Freitag, bietet es sich dann an, bei dem bombastischen Wetter einfach mal einen größeren Umweg nach Hause zu fahren. In dieser Zeit fällt es der Familie zumindest nicht auf, dass ich groß weg bin. Die Trainings kriegen sie gar nicht mit. Was sie allerdings schon mitkriegen, ist, wenn ich Samstag mal eine längere Fahrradfahrt mache, dann bin ich nachmittags dann doch nicht da. Oder Sonntagfrüh gehe ich halt meistens dann laufen. Derzeit, wo es halt Richtung Challenge geht, sind die Läufe etwas länger. Da brauche ich halt zweieinhalb, irgendwann, wenn einmal ein Drei-Stunden-Lauf kommen. Aber da habe ich jetzt nur Glück, dass Nadine und die Kinder oft in der Früh auch unterwegs sind. Es funktioniert einigermaßen gut, würde ich sagen. Es kommt zum Glück wenig Kritik auf. Wo meine Kritik aufkam, trainingsmäßig, das war im Urlaub. Wir waren letztes Jahr im Pfingsten in Frankreich und da bin ich viel Fahrrad gefahren. Und bin dann zurückgekommen und habe dann auch wieder viel über den Sport gelesen. Sprich, ich habe mich dann recht viel damit befasst. Das hat dann schon etwas Kritiker vorgerufen. Sport, ja. Aber wenn du dann da bist, sei für uns da. Ich glaube, die Zeit, wo er weg ist, ist nicht so dramatisch. Wichtig ist, dass wenn er dann da ist, dass er auch die Aufmerksamkeit auf uns münzt. Und nicht dann im Computer, wo er seine Zeiten eingibt, seine Werte vergleicht. Weil das ist ja auch etwas, wo er sehr dran hängt. Wo er guckt, welche Höhenmeter gefahren worden sind. Wo er schnell ist, wo er noch dran arbeiten muss und so weiter. Und das ist das, wo ich sage, die Zeit, die brauchen wir. Wenn er dann da ist, dass er auch wirklich für uns da ist. Mit uns reden, mit uns essen, mit uns spielen, mit uns einfach hinhucken. Das versuche ich, mich dran zu halten. Ich hoffe, das gelingt mir gut mittlerweile. Daraus, das habe ich gelernt. Das habe ich davor nur ein wenig verkehrt gemacht. Ansonsten denke ich, passt es ganz gut. Und kriege ich das ganz gut hin. Am Wochenende habe ich meine längste Fahrradfahrt. Das waren 165 Kilometer. Und danach, die habe ich eigentlich ganz gut vertragen. Gegen Ende war es ein wenig schwer. Aber es ist noch okay gewesen. Da kann ich mir jetzt die Fahrradfahrt, kann ich mir vorstellen, 180 Kilometer. Und danach bin ich noch mit meiner Tochter, die ist mitgefahren, bin ich noch so knapp sechs Kilometer gelaufen. Das war schon hart. Vor allem die ersten drei, vier Kilometer. Und da habe ich mir nicht vorstellen können, dass ich jetzt nur einen Marathon hinterher haue. Ich bin echt mal gespannt, ob das noch geht. Aber aus dem Training raus kann man es natürlich nicht so vergleichen. Eigentlich schön, weil er was macht. Das finde ich schön, dass er da auch so zielstrebig ist. Und ich habe den Frank eigentlich auch so ganz anders kennengelernt. Weil so einen Ehrgeiz, den er jetzt dafür entwickelt hat, das bewundere ich total. Für mich ist das echt, ich könnte es niemals so machen. Wenn man lauft, da ist das nächste Schild für mich schon eine echte Hürde. Also die nächsten 100 Meter. Also ich finde es ganz gut. Aber manchmal auch anstrengend, weil halt doch viel Training dahinter steckt. Gerade jetzt eben beim Challenge, die 20 Stunden Training die Woche, finde ich sehr anstrengend. Für uns als Familie halt. Jetzt für mich, ich kann das schon irgendwie, ja. Aber vor allem für die Kinder. Das ist eher das, was mich ein bisschen, ja, was mich ein bisschen stört, weil sie doch immer nach dem Papa fragen. Was? Wann kommt der Papa? Ja, es lastet, denke ich, schon mal mehr Arbeit auf mir. Und mehr Verantwortung auch ein Stück weit. Weil ich mich viel um dieses Zwischenmenschliche von Kindern auch kümmern muss. Also ich muss mich mehr um die Kinder kümmern. Und auch, ja, so ganz normale wie Baum schneiden oder solche Sachen. Solche Sachen fallen jetzt dann halt auf mich zu. Aber, ja, es ist so. Mach ich halt. Dein Urlaub ist besser. Schauen wir mal, ob es den Kroatien auch nicht gibt. Meinst du? Er ist schon ein Stück weit auch ein bisschen ausgeglichener. Manchmal. Und manchmal, wenn halt irgendwie von den Zeiten oder wenn irgendwas dazwischen kommt, wenn das nicht passt, dann merkt man schon, wie ihn das anstrengt. Oder jetzt mit diesen 20 Stunden Sport. Wo ich auch gesagt habe, das ist so das Maximum. Weil ich merke, er geht so an sein Limit. Und da habe ich einfach Sorge, dass es zu viel wird. Und so hat er sich eigentlich erscheint, der Frank. Das ist in Ordnung. Ich denke, durch meinen Sport und die Aktivitäten, die ich mache, ist eigentlich die Beziehung entspannter geworden. Zum einen gegenüber der Nadine. Ich bin ausgeglichener. Der Nachteil ist allerdings, wenn ich keinen Sport mache, ein Tag ist okay, beim zweiten Tag fängt es an zu kribbeln. Und da sagt es dann manchmal schon, pack deine Laufschuhe und geh raus und lauf eine Runde. Einfach, um dich ein bisschen abzureagieren. Aber grundsätzlich bilde ich mir ein, dass es viel ruhiger geworden ist. Wir hatten jetzt davor auch nie groß Streit oder sonst irgendwas. Aber ich bin gelassener geworden. Auch gegenüber meinen Kindern. Früher habe ich mich schon in der einen oder anderen Situation viel zu leicht aufgeregt. Ich habe am Mittwoch einen halben Liter heiß gegessen. Ja, also es ist jetzt zur Zeit halt extrem viel Sport. Ich habe ihn jetzt die Woche, also heute habe ich ihn ja noch gar nicht gesehen. Nur einmal ganz kurz. Das ist aber schon wieder weg. Und davor, ich habe ihn, also Wochenende war er nicht wirklich da. Erst weil gestern hat er Triathlon wieder gehabt in Ingolstadt. Und er ist halt schon sehr oft weg. Und ein bisschen weniger wäre halt besser, weil er läuft ja, fährt Fahrrad und schwimmt. Und wenn er manchmal sowas rauslassen könnte, dann wäre schon ganz schön. Na ja. Ich finde es na ja, weil er ist halt nicht so oft bei uns. Er kann nicht mit uns so oft spielen. Und so, das ist halt fast immer beim Sport oder in der Arbeit. Arbeit kann ich verstehen, aber Sport nicht. Man kann vielleicht ein bisschen, aber wo ist hier? Der schafft ja ganze 42 Kilometer. Wo soll ich mal den Ball legen? Ich finde es eigentlich richtig cool, weil ich möchte auch immer was mit Sport machen. Auch so wie der Papa sein. Nur nicht so viel. Aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm. Weil wenn er da ist, dann macht er mit uns schon was. Aber es ist manchmal schon blöd, wenn er abends nicht da ist. Und es ist so nicht so schön. Oder wenn die Kinder sagen, Papa, wir brauchen dich, dann pack das ja ein und wir fahren am See oder wir fahren mal ins Schwimmbad. Das geht auf alle Fälle. Also es ist nicht so, dass er gar nicht mehr uns sieht. Da sage ich dann, schau auch hin und wieder mal was. So. Wie viel magst du? So. Noch was? Der Annik wird doch kein Sprengstoff gelagert. Doch, die wurde schon auch mal Sprengstoff. Und kurz vor dem Stadion. Da bin ich dann bloß vorbeigegrand, weil da war ich so kaputt. Also das kann ich klar sagen. Und ich sage auch, was die Kinder betrifft. Die Kinder sind da immer sehr offen. Und sehr direkt. Und das finde ich gut. Noch direkter wie ich. Und da hört er auch wirklich drauf. Also da ist er wirklich bestrebt, dass die Familie wirklich, weil er merkt wohl, dass es viel ist. Aber er ist schon bestrebt, uns nicht aus den Augen zu verlieren. Und das merke ich auf alle Fälle. Ja, wie gesagt, es ist mir wichtig, dass ich immer zum Abendessen da bin. Dass wir einfach diesen Austausch in dieser dreiviertel Stunde etwa, Stunde, dass wir den haben. Es geht manchmal nicht. Und wenn ich im Schwimmen bin und ich komme erst um Viertelacht heim, dann ist meistens schon gegessen. Und dann esse ich halt alleine. So, jetzt bist du dran, Masta. Ah ja, was ist der Unterschied zwischen einem Brokkoli und einem Popel? Ach so. Ich weiß es. Ich weiß es. Die meisten Leute essen kein Brokkoli. Also vorher fand ich es besser, weil er war öfter da. Also, ich fand es besser, weil er öfter da war. Aber, naja, seine Figur ist dafür jetzt dünner. Und der hat größere Muskeln und er ist steinhart. Den kann man nicht so gut kuscheln mehr. Er war halt etwas kuscheliger. Jetzt ist er so hart. Da tue ich mir sogar manchmal dem Kopf weh. Also, ja. Einmal, dass man dann angeben kann. Und, ähm, das ist auch sehr, äh, also, dass man dadurch auch, das hat man ja auch gemerkt beim Papa, dass man dadurch auch sehr viel abnehmen kann. Weil der hat ja in einem Jahr schon 30 Kilo oder so abgenommen. Und das finde ich eigentlich schon viel. Und das finde ich auch noch cool dran. Mhm. Ich brauch meine Sandalen. Was? Ich brauch meine Sandalen. 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 Ja, und das, da bin ich jetzt gespannt, wie sich das jetzt im Urlaub, ja, es ist jetzt wirklich vor sein Challenge und da darf er auch und soll er auch trainieren. Also, es ist in Ordnung. Aber ich habe auch gesagt, bitte nach dem Challenge ein bisschen langsamer. So, wir fahren jetzt in den Urlaub. Vorsicht. Hand zu. So. Der Frank sagt auch, oder hat am Anfang auch immer gesagt, dass viele Ehen, gerade bei den Drialäten, nicht halten. Dass es da die höchste Scheidungsrate gibt. Und ich sehe das auch bei seinen Kumpels, dass die Frauen auch immer wieder, dass es immer wieder so Spannungen gibt. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum gibt es das bei uns nicht? Warum ist das schon mal klar, wo ich dann klar was sagen muss, wenn es dann wieder zu, wenn es mal zu viel wird oder wenn es mir oder den Kindern zu viel wird. Aber warum ist das bei uns nicht so? Warum kann ich da überall so, habe ich so einen Frieden drüber? Und ich glaube, das ist der Glaube. Weil ich eine Liebe gekriegt habe zu ihm, zum Frank, die ich vorher auch nicht so gekannt habe. So eine tiefe Liebe. Weil er macht das, ihm ist es wichtig und ich liebe ihn so, wie er ist. Und deshalb gebe ich ihm auch den Freiraum, den er braucht. Einfach durch diesen Sport, den braucht er. Aber die Liebe oder diesen Frieden, der kommt nicht von mir. Den kann ich mir einfach nur schenken lassen. Und deshalb gibt es auch bei uns nicht so diese Konkurrenz zwischen Frau und Sport. Weil ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen Konkurrenz. Ich bin wichtig und ich denke, dass es einfach das ist, was man sich schenken lassen muss, den Frieden. Meine Frau hat ja damals vor, bevor sie die Zwillinge bekommen hat, war sie schwanger. Dann hat das Kind im Ende fünften, Mitte fünften Monat verloren und wurde postwendend wieder schwanger, eben an den Zwillingen, die ja zum Glück gesund und munter auf der Welt sind. Und hat aber das Problem gehabt, damals nicht richtig Abschied nehmen zu können von dem Kind, das in ihr herangewachsen ist. Und das hat sie schwer verarbeitet. Und ich habe ihr nicht so helfen können. Ich habe mit ihr geredet und wir haben uns schon ausgetauscht. Aber an dem Punkt war ich nicht der richtige Partner. Also es ist blöd gesagt. Ich konnte ihr nicht die seelischen und moralischen, wie soll ich sagen, ich konnte ihr einfach nicht helfen, dass sie darüber wegkommt. Und obwohl, also ich habe mein Bestes gegeben und sie hat sich auch nie beschwert deswegen. In der Zeit hat sie dann unsere Nachbarn kennengelernt. Intensiver. Und die sind sehr christlich und gehören einer Gemeinde in Spaltern. Und sie ist dann da oft mitgegangen und hat durch den Glauben an Gott, an Jesus, hat sie für sich diese schreckliche Erfahrung überwunden. Ich finde es toll, dass sie das da gemacht hat. Ich gehe auch gern hin. Es sind total nette Menschen. Und ich bete auch. So ist es nicht. Ich habe leider nicht so den vollen Bezug dazu. Mir tut es auch ein bisschen leid, aber ich habe es halt bis jetzt noch nicht geschafft. Ob der Sport dafür die Ersatzreligion ist? Ich glaube eigentlich nicht. Für mich ist es eigentlich nur, wie gesagt, es hat für mich ja anbegonnen, um Gewicht zu verlieren. Ich habe damals dann auch gar keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, trinke aber jetzt fast nichts mehr. Und für mich ist es einfach nur, mich fit zu fühlen, mich gesund zu fühlen und in der Konversation mit den anderen mich zu unterhalten. Denn als Religion würde ich es eigentlich nicht sehen. Doch. Ich glaube schon, dass alles, wo man seine Zeit exzessiv reinsteckt, ist für einen selbst die Religion oder der Glaube. Und für ihn ist es, er sucht da drin halt Erfüllung und da halt irgendwie Bestätigung oder wie auch immer. Ich habe halt, was ist, wenn dir was passiert und der Sport wegbricht? Was hält dich dann noch? Was ist da noch da? Und das muss er halt irgendwie auch mal erkennen, oder? Ja. Für mich ist das, ja, mein Glaube trägt mich. Mein Glaube hält mich. Egal, was passiert. Und da habe ich halt ein bisschen so wegen Sorge, was ist, wenn sein Körper nicht mitmacht? Was passiert dann? Wohin fällt er dann? Ich glaube sicherlich, dass ich manche Menschen, und ich muss da auch immer wieder aufpassen, dass so der Sport nicht so eine Ersatzreligion wird, dass man sich quasi durch Leistung grundsätzlich definiert oder auch anhand von Trainingsumfängen oder was die Ernährung betrifft, sich da zu sehr geißelt oder guckt, ja, wenn ich dieses und jenes gemacht habe, dann bin ich sicher. Bin ich gut, dann habe ich kein schlechtes Gewissen oder bin dann was wert. Und ich denke, ganz viele suchen den Sinn im Sport, gerade im Leistungssport ist auch voll gefährlich, dass man da zu verbissen wird und, ja, einfach das ganze Leben auch nur danach ausrichtet. Also das ist sicherlich für die meisten Ersatzreligion und Erfüllung, Selbstverwirklichung. So, jetzt geht's auf zum Schwimmen. Und du? Du bleibst aber hier bitte. Schwimmen. Ja, es geht. Also im Verhältnis zu frühes macht es mir schon Spaß. Ich habe jetzt für mich diesen Petersgründer Baggerweier entdeckt und das macht schon Spaß. Allerdings wird es nie meine Lieblingsdisziplin werden. Das ist außer Frage. Also ich muss sagen, ich hatte vor eineinhalb Wochen mal so ein Trainingstief. Da habe ich einfach irgendwie keine Lust gehabt zu laufen und zu schwimmen und zu Radfahren. Nicht ganz so. Und das hat so aber bloß zwei, drei Tage angehalten. Und es war dann vorbei, wie ich diesen Vatertagsausflug zum Beispiel gemacht habe. Wenn du dann mit einem Freund zusammen trainierst oder zusammen etwas unternimmst, dann quatscht. Und dann motiviert mich das eigentlich zusätzlich nochmal. Das ist allerdings jetzt schon der Punkt erreicht, wo ich dann sage, okay, ich bin jetzt dann eigentlich schon langsam dann froh, wenn es in die Erholungsphase geht. Damit ich einfach mal ein bisschen weniger machen kann, bewusst weniger machen kann und wirklich nur, oh Mensch, heute tust du einfach bloß einmal sieben, acht Kilometer laufen und morgen machst du einmal gar nichts, weil halt dann einfach kein Wettbewerb ansteht. Da drauf freue ich mich. Gerade am Rad ist echt übel. Ich habe einen Bekannten, der hat jetzt einen Unfall gehabt. Der ist vom Fahrrad, auf dem Fahrradweg gefahren und ist mit einem Auto kollidiert, das einfach über den Fahrradweg gefahren ist, in die Einfahrt von dem Stück. Wenn man nicht immer selber achtsam ist, und das ist das Doofe, manchmal ist man es nicht, weil man ja auch ein Gedanke ist, dann wird man auf einmal vom Fahrrad geholt. Oder jetzt ein anderer Freund, der hat Probleme an der Wirbelsäule und ja, das begleitet dann überall hin, Verletzungen. Und da denkt man dann schon manchmal drüber nach, Mensch, Glück gehabt in der Situation oder gesund geblieben. Ich habe auch nie Erkältung jetzt gehabt, was auch wieder ein anderer Freund gehabt hat. Und da bin ich eigentlich schon ganz froh, dass es funktioniert. So, wie langt. Hier war's. So, heute ist der letzte große Test vor dem Challenge Rot. Ich mache am Rutsi-Tradler mit. Wie man sieht, ich hoffe, ich komme jetzt dann für knapp zweieinhalb Stunden durch den Zielanlauf hier durch. Ich freue mich schon auf den Wettkampf. Fit bin ich, soweit ja, nur nicht ausgeruht. In den letzten Tagen musste ich ja noch trainieren. Das ist halt wichtiger für den Challenge. Ich freue mich jetzt drauf, auch mit Kollegen vom Verein. Und ja, in zweieinhalb Stunden will ich dann durch den Zielbogen kommen. Sechs, fünf, vier, drei, zwei und ab. Also, drei Trickspunkte hat durch die Wechselseite, die Feuerwehr, die Wechselseite unter einer Minute. Und da jetzt geht's. Der Wettbewerb heute ist super gelaufen. Also ich bin sehr zufrieden. Mir hat es sehr gut gefallen. Und es war jetzt die optimale Vorbereitung für den Challenge. Ich bin jetzt guten Mutes, weil es heute mal eine schnelle Einheit war zur Abwechslung. Und ich bin gut durchgekommen. Für den Challenge fühle ich mich gut vorbereitet. Ich habe jetzt viel trainiert. Ich habe jetzt noch mal nach dem Halbbronner Triathlon, der letzte Woche war und eine schöne Einheit war. Und da habe ich diese Woche noch mal gut trainiert. Und jetzt ist eigentlich das Trainingsprogramm groß, grob vorbei. Ich habe jetzt noch ein paar kleine Einheiten, einfach nur, dass ich ein bisschen fit bleibe. Aber ich regeneriere mich. Ich denke, ich komme gut durch. Und ich freue mich jetzt schon drauf auf den Wettbewerb. Ich habe momentan so eine Mischung. Ich habe noch Spaß, aber ich bin jetzt eigentlich froh, dass die großen Trainingsaufwände vorbei sind. Und ich ein bisschen mehr Zeit einfach für mich habe und einmal gammeln kann. Und einmal sagen kann, Mensch, heute habe ich bloß eine Stunde Lust, Fahrrad zu fahren. Und ich fahre lieber mit dem Mountainbiker ein bisschen um den Brombachsee rum. Darauf freue ich mich jetzt eigentlich wieder. So dieses typische, ich muss jetzt mit dem Rennrad vier, fünf Stunden fahren, weil ich immer lange Einheiten machen soll, muss, da habe ich jetzt die Schnauze voll und neblig bin. Na ja, halt die Nase zu. Halt die Nase zu und schwitzen du immer. Aber gestern, ich vermute mal, dass ich gestern, wie ich geschwommen bin, und dann war so zugig dann auch und windig. Und ich habe dann meine Fahrradklamotten gleich anzogen, weil ich ja dann noch joggen wollte ein bisschen, dass ich mir da durch den Wind, durch das warme Wasser auch nicht, es war kalt. Und ich war dann natürlich noch ein bisschen nass, dass ich mir da auch ein bisschen erkältet habe. Aber ich habe ja noch Zeit. Es sind ja noch fünf Tage. Und hoffentlich, ich denke, das ist jetzt nicht so schlimm, aber Nase zu und schwitzen tue ich halt. Also heute und morgen ist definitiv gar kein Sport drin. Und Mittwoch war es jetzt noch nicht. Ich gehe jetzt dann später einmal zum Arzt nachmittags. So, heute Donnerstag, drei Tage vorm Challenge. Letzte kleine Laufeinheit. Fahrrad gefahren bin ich jetzt gerade. Das ging ganz gut. Und jetzt laufen wir noch so fünf Kilometer, will ich heute mal laufen. Weil die Woche bin ich gar noch nicht gelaufen. Ich hatte ja eine kleine Erkältung. Die ist jetzt soweit ganz gut. Nase ist nur ein bisschen verschnupft. Ich hoffe, dass das sich bis Sonntag noch ganz gibt. Ja, wie ich angefangen habe zu trainieren, habe ich mir immer so gedacht, so 11.30 Uhr, das wäre eine tolle Zeit. Zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr. Jetzt, wo ich das Training mehr und weniger abgeschlossen habe, habe ich eigentlich mir gedacht, Mensch, schwimmen ist ungefähr 1.25 Uhr drin. Ich bin ja nicht der weltbeste Schwimmer beim Fahrradfahren. Das kann ich am schlechtesten einschätzen. Habe ich mir immer gedacht, so 5.30 Uhr. Und laufen, ja, so 3.40 Uhr. Eigentlich sogar 3.30 Uhr, aber jetzt ist es zu heiß. Bis Wochenende haben sie ja jedenfalls so 30 Grad schon vorausgesagt. Und es kostet zu viel Körner. Da denke ich, werde ich eher so 3.45 Uhr, 3.50 Uhr versuchen anzugehen. Damit ich am Schluss nicht so einbreche. So. Also eine Gesamtzeit würde es sich ergeben von ungefähr 11 Stunden. Und da werde ich aber schon sehr zufrieden. So, jetzt lege ich noch einen Sprint hin, damit ich hier auch hinterher komme. Das langt. Ich fühle mich fit. Eine Challenge kann kommen. Ich bin. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe mich entschieden, nächstes Jahr es nicht zu machen. Das heißt aber nicht, dass ich nie mehr teilnehme. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.